Das Vorwort vor dieser Folge, das waren eigentlich zwei, die habe ich allerdings in einer Timelapse zusammengeschnitten. Ihr seht das jetzt einfach mit ein bisschen Musik unterlaufend, weil der Ton war weg. Einfach futsch und das war dann scheiße, ich wollte es auch nicht nachkommentieren. Also jetzt seht ihr eigentlich zwei Folgen, innerhalb von ein paar Minuten, weil ich das in einer Timelapse gepackt habe. Und am Morgen geht es dann ganz normal mit der nächsten Folge weiter. So, bis, also viel Spaß mit dem Video und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.